Taskbar Thumbnails vergrößern und verkleinern Die Taskbar Thumbnails haben eine fixe Größe, die Sie mit dem nachfolgend beschriebenen Tool beliebig verändern können. Wechseln Sie in Ihren Browser zur Webseite www.thewindowsclub.com slash windows minus 7 minus taskbar minus thumbnail minus customizer minus released. Scrollen Sie nach unten bis zum Download-Button und klicken Sie darauf. Klicken Sie auf Speichern und speichern Sie die Archivdatei in Ihrem Download-Ordner. Öffnen Sie den Download-Ordner hier nach und machen Sie einen Doppelklick auf die Datei w7.ttc.zip, um deren Inhalt zu entpacken. Anschließend starten Sie die Anwendung durch einen Doppelklick. Im Abschnitt Thumbnail Size können Sie die maximale und minimale Größe der Thumbnails in Pixeln festlegen. Probieren Sie jeweils einen hohen Wert aus und klicken Sie zur Bestätigung auf Apply Changes. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Thumbnail, der Task lässt, um die Auswirkungen zu sehen. Im Abschnitt Margin lässt sich der Abstand festlegen. Geben Sie bei Bottom Margin einen höheren Wert ein. Der Abstand des Thumbnails zur Schaltfläche wird vergrößert. Genauso lässt sich das Thumbnail aber auch verkleinern. Probieren Sie es einfach aus. Auch den Abstand zum rechten oder linken Rand können Sie beeinflussen. Und selbst die Delay Time, also die Verzögerungszeit, sollte sich verändern lassen, was an unserem Test jedoch nicht funktionierte.